Kein Schritt weiter oder dein Freund hier fliegt in die Luft Ziu, hilf mir! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video Freunde, wir haben einfach einen Roleplay mit 10 Leuten gemacht Ja, wir haben uns Mühe gegeben, ihr werdet sehen, euch wird das gefallen Ostiko, wie viele Likes sollen die droppen? 3000 Das wäre mega geil, wenn wir das schaffen sollten Community, wenn ihr auch mitmachen wollt, dann schreibt das in die Kommentare Es wird demnächst viele Roleplays geben Und jetzt viel Spaß mit dem Video Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden Guck dir mal die Gegner an Keine Regeln, keine Gnade Mh, ich rieche Blut Wir werden gewinnen Du wird das Glück bei euch sein Ja, Mann, Alter Ich hab mega Angst vor denen Ich bin noch zu jung, um zu sterben Ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht Mein Herz rast, ich hab mega Angst 5, 4, 3, 2, 1 Nimm schnell eine Kiste Mach eine Kiste auf und renn weg direkt Wir haben nicht Zeit, so viele Kisten aufzumachen Schnell, 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 schnell Renn weg, renn weg, renn weg Ich hab den Lift nicht aufnehmen können Oh mein Gott Ich schmeiße Galatte Renn, Bro, renn Mein Gott, schnell, weg, boom Pisha, folg mir, folg mir, siehst du mich? Wir sehen uns nicht auf der Karte Ist irgendjemand bis jetzt gestorben? Ich glaub, die haben uns auch nicht attackiert, oder? Ich weiß nicht, ich hab Granaten gesehen Hast du irgendwie eine Waffe? Ich hab keine Waffen bekommen Ich hab nur einen Busch Ich hab auch keine Waffen Ich hab irgendwo siebgranaten und Riff Okay, komm mit Ich hab ein bisschen Heaster für uns Wo befinden wir uns hier gerade direkt? Da oben ist eine Brücke Komm mit Ich hab noch keinen Gegner gesehen Oh mein Gott Wie sieht sie bitte aus? Überall Felsen Such nach Kisten Wir brauchen unbedingt eine Waffe Da hinten links ist eine Kiste Komm mit Komm mit, komm mit Ich sehe, ich sehe, ich sehe Was bekommen wir raus? Schildtränke Ich hab nur einen Schildtränke gefunden Hier ist nur ein Schildtränke Bist du das? Oh mein Gott, ich hab doch keine Angst Aber ich hab mega Angst Bleib bitte bei mir Ja, ich bleib bei dir Du hast auch keine Waffen Zeig mal, was du für Waffen hast Stopp mal deine ganzen Items Ja, du siehst das jetzt, oder? Hier Oder so, okay, nice Du hast einen Riff bekommen Mega nice Für alle Fälle Falls wir attackiert werden sollten Von zu vielen Leuten müssen wir riften, ja? Immer noch kein Gegner Wahrscheinlich sind die Gegner jetzt so fett ausgerüstet Warte, hier Da hinten Siehst du das? Pass auf, dass sie dich nicht sehen Versteck dich, wir müssen langsam voranschreiten Meinst du, das ist eine Falle? Ich seh die Gegner nicht mehr Ich weiß nicht, ob das eine Falle ist Ich denk schon Aber ich hab keinen Plan Wir nehmen ganz schnell den Chucky Und rennen weiter, okay? Ich geh stark davon aus, dass das eine Falle ist Machen wir aber keine Angst Nein, ich wurde attackiert Ich hab dir doch gesagt, das ist eine Falle Oh mein Gott, wer ist das? Wer ist das? Wir Wer ist wir? Ich hab C4 platziert Ostiko ist das Das ist Ostiko Und wer kann? Oh mein Herz Hast du einen gehittet? Ich zieh mich kurz zurück Ich zieh mich kurz zurück Die zieht sich zurück Ich seh die nicht Ich wurde gerade mit Crossbow attackiert Er hat Tanzbombe eingesetzt Hab einen getötet Hast du einen? Mega nice Nein Da hinten ist einer Komm mit, komm mit, komm mit Okay, wir haben Ostiko besiegt Berkan, rennt weg Berkan, rennt weg Berkan versteckt sich mit Impulsgranate Komm mit Ich seh dich nicht Wo bist du? Ich hör dich nur leicht Wo bist du? Nein, ich komm gleich zurück Wir treffen uns gleich auf dem Eisfeld, okay? Oh mein Gott Berkan ist im Abgrund runtergefallen Bro, wir haben unsere ersten zwei Gegner besiegt Komm mit Oh mein Gott Wir müssen wieder zum Eisfeld Aber ich hab den Chuck Chuck mitgenommen Ich hab auch den Chucky Komm mit Wir können uns beide heilen Heil dich Wir dürfen nur nicht attackiert werden Geh in Deckung Wir haben unsere ersten zwei Gegner besiegt Oh mein Gott Berkan und Ostiko Das waren relativ gute Gegner Die wir da besiegt haben Ich bin echt gespannt Wahrscheinlich wird es jetzt noch schlimmer und schlimmer Die anderen haben wahrscheinlich ganz viel Luft Ey, hast du den gesehen? Willi, wo? Da sind die Attentäter Die sind bekannt Siehst du die? Ich glaub die haben uns gesehen Ich hab keine Waffen zum attackieren Renn weg, renn weg, renn weg Ich hab nur noch drei Granaten Siehst du die da hinten? Wo sind die? Ja, ich seh die Hast du die gesehen? Wo sind die? Nein, ich hab sie nicht gesehen Da hinten Nein Nein, das waren die nicht Hörst du das, Bücher? Hörst du das? Oh mein Gott Linke Seite Was war das? Ich glaub andere mischen sich ein, oder? Nein Das sind welche Pass auf Oh mein Gott Verschwindet Das sind die eisigen Ninjas Das sind zu viele Lass abhauen Rechte Seite, rechte Seite Nicht pushen, Bro Lass sie retten Die haben aber mal an Nein, die hauen ab Die hauen ab Die hauen ab Was passiert, wenn ich sterbe? Ich bin doch zu jung dafür, Mann Hinter uns sind welche Hinter uns sind welche Hä, die greifen uns nicht an Wer bist du? Ich bin der eisige Ninja Aus dem Schneebiom Der eisige Ninja Aus dem Schneebiom Labo, bist du das? Ja, das bin ich Und dein Kamerad Jato Ihr seid ja bekannt dafür Dass ihr immer einige Kameraden rettet Ich hab keine Waffen Habt ihr Waffen für mich? Leider nicht Wisst ihr, wo ich eine Waffe finden kann? Irgendwo auf der Insel In einer Truhe Pass auf Wir werden attackiert Oh mein Gott Die Attentäter sind da hinten Pysha, ich hab dich verloren Wo bist du, Pysha? Wo bist du? Hey, du bist da Ich vertraue auch niemanden mehr Ich weiß nicht, ob wir den Ninjas Aus dem eisigen Gebiet vertrauen können Da lassen wir nochmal zurückrennen Vielleicht finden wir hier irgendwie noch eine Kiste Okay, ich hab... Ich hab Schleifungen gefunden Das sind wieder die Attentäter Ich glaub, die Attentäter spielen ein Spiel mit uns Ich bin im Blutrausch gerade Ich muss sie attackieren Aber was passiert, wenn ich stirb? Es ist schon vieles passiert Komm mit, hier ist eine Brücke Hier ist eine Brücke Sei nicht im Blutrausch, Mann Mein großer Bruder Mein großer Bruder Er war auf mal hier Er ist gestorben Er war auf dem Blutrausch So wie du Und ist dann am Ende gestorben Wir wurden jahrelang dafür trainiert Diesen Kampf zu überleben Vertraust du mir nicht? Ich hab Angst Da ist jemand, Labo Ey, da sind wieder die eisigen Ninjas Ich weiß nicht, ob wir die vertrauen können Komm mal mit Ich hab das letztes auch nicht Hast du das gehört? Wir wollen uns umbringen Aber nicht, dass wir von den Attentätern von hinten attackiert werden Die haben sich als letztes hier auch aufgehalten Komm mit, lass links lang Ich hab keine Geräusche Mach ich nicht Hörst du das? Da hinten ist eine Bombe explodiert Komm mit, das ist unsere Chance Labo, ich hör welche Die setzen eisbomben ein Komm mit nach rechts Da sind die Attentäter Oh mein Gott Kein Schritt weiter Kein Schritt weiter Warne euch Nein Renn weg, bist du Ich seh dich nicht Wo bist du? Ich bin beim eisfeld Ich seh nichts mehr Der Attentäter Pyro ist tot Guck mal, was ich gewonnen hab Crossbow Ich werde von hinten attackiert Ich seh nicht Nein, ihr werdet nicht siegen Bist du das, bist du das krass? Ja, ich bin das Die sind abgehauen Aber ein Attentäter hat es, glaube ich, überlebt Hat ein 40er Hit Komm mit, wir jagen den jetzt Wir jagen den jetzt Der hat uns vorhin auch attackiert Ich wusste, dass wir den eisigen Ninjas nicht trauen dürfen Die wollten uns in eine Falle locken Greif ihn an Ich glaube, das ist der Eis-Ninja Yato Oder ist das Labo Attacke ihn Nein Attacke ihn Du wirst sterben Ja, Mann Wir haben den eis-Ninja Labo besiegt Aber Hör mir zu, Pischta Hör mir zu Der eis-Ninja Yato hat es überlebt Und der Partner von Pyro, der Attentäter Treibt sein Unwesen Nein, ich wurde gehintet Der Attentäter und der eisige Ninja haben sich gerade getroffen Komm mit Wir sind bekannt dafür, dass sie relativ viele schon getötet haben Ey Neben mir ist er gewesen Wo ist dieser Attentäter? Ich hab Stinkparanate geworfen Komm mit Renn zurück Ich hab ihm einen Hit gegeben Der Attentäter haut wieder ab Ich muss mich verstecken Komm mit, die sind im Fight Hab einen 40er-Hit draufgebrotert Er muss sterben Er muss sterben Er rennt zurück gleich Nein Er ist zurückgerannt Er zieht sich zurück Aber wo ist der Attentäter? Wo bist du? Wo bist du mein Freund? Pass auf, hat Bomben geworfen Der Attentäter ist zurückgekommen Ich werde uns schulen Nein Er hat glaube ich keine Waffen mehr, oder? Ich hab ihn getötet Nein Oh mein Gott Ich hab auch einen Bogen Ich glaube, wir müssen nur noch ein Team besiegen Guck mal, Pischler Guck mal, was ich gefunden hab Oh mein Gott Hier waren wir noch nicht Wir müssen aufpassen Überall könnte jetzt eine Falle sein Egal, wo wir hinrennen Überall könnte Z4 versteckt sein Eine Falle könnte hier platziert worden sein Überall sagst du Ein Team hat sich bis jetzt noch nicht gezeigt Und die ist bekannt dafür Dass sie erst im allerletzten Moment attackieren Das sind diejenigen, die jedes Mal gewinnen Was sollen wir tun, Pischler? Ich hab keine Ahnung, Mann Ich hab mega Angst Komm mit Okay Okay Ich glaub, das Spiel wird wieder mal zu einfach Hä? Was war das für ein Geräusch da hinten? Pischler, hast du das gehört? Hä? Pischler? Hä? Pischler? Wo bist du? Pischler, du warst doch gerade bei mir Z4, wo bist du? Ich stehe, ich will dich nicht Pischler, ich höre dich Du bist doch da oben Warte auf mich Ich komme hoch Nein, ich hab meinen Kameraden verloren Ich muss sofort zu ihm Hä? Dich hab ich ja noch nie gesehen Pischler Hilfe Hilfe Nein Wo bin ich hier? Hilfe, Z4 Warum ist er hochgerannt? Das ist zu 100% eine Falle Hilfe Stopp Kein Schritt weiter Oder dein Freund hier fliegt in die Luft Z4, hilf mir Z4 Pischler? Das war so schlimm Du sagtest so, ich soll nach oben gehen Du schaust nochmal da unten was Und dann haben die mich gefangen Hab jetzt hier überall Z4 geplatziert Ich hab Angst, Mann Wir sind bekannt dafür, dass wir Leute wie den hier einfache Feind stellen Und jetzt dropp deine Waffen Pischler, was hast du nur getan? Wo hast du uns nur hingelockt? Es tut mir leid Duck dich Nein, ich werde das nicht machen Zack, du duck dich! Tat das weh? Warum? Du warst immer für mich wie ein Bruder Ah ja, euer Gequatsche Eine Frage an dich hier Mit dem pinken Haar Magst du deinen Freund? Manchmal Was? Willst du, dass er leidet? Tu es nicht Au! Ach, schmeckt euch das? Au! Ey, sorry Noch ein Hater doch aus Töte mich lieber Töte ihn nicht Warum sollte ich? Ich will, dass du leidest Pischler, hast du noch letzte Worte? Ich gebe dir noch 5 Sekunden Eins Zwei Zwei Wieder Was ist das? Mal zurück Ich finde das mit mir Wir treffen uns beim Eisgebiet Wir treffen uns beim Eisgebiet Wo soll ich hin? Wie komme ich hier weg? Bring hinter dir Springe einfach Oh mein Gott Pischler Warum hast du mich gerettet? Ich stehe jetzt so immer in deiner Schuld Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Lebe dein Leben Hast du Sachen bei dir? Ich habe gar nichts mehr bei mir Hier, nimm das Als Abschiedsgeschenk Warum tut ihr das? Bin ich der Auserwählte? Nein Ich werde dich Ich werde Labo Ich werde Pischler Ich werde euch alle rächen Ich werde das Gute wieder zurückholen Diese Welt ist voller Finsternis Jato Nein Aris Aris Ich werde dir das niemals verzeihen Nein Warum hast du das getan, Aris? Das hast du doch eh nicht verdient zu leben Und du genauso wenig In einer Welt voller Finsternis Wo ich gewinne Niemals lasse ich das zu Pischler Labo Jato Ich werde euch rächen Ah Mein Bein Ich habe euch alle gerecht Ist das Gute wieder hergestellt? Oh mein Gott Ich könnte alle wieder reden jetzt Freunde Ich würde mal sagen Falls euch das Roleplay gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein Like da Checkt alle Leute ab Die sind alle unten in der Videobeschreibung Wir werden sowas öfters mit der Community machen Ist auf jeden Fall lustig Habt ihr irgendwas noch zu sagen, Leute? Ja Alle abonnieren Alle abonnieren Wir sehen uns im nächsten Video Haut rein Peace